Moin Super Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich Willkommen auf Rapsplay, seht ihr mich, hört ihr mich, ich hoffe So, hallo Achso, jetzt geht's schon los Ja, jetzt geht's schon los Ah, der Schlagring ist geil LoL Boah, ich hab, ja eh, da höre ich schon Schüsse Geht ja schon mal Gute Sache Was siehst du denn, müssen wir eigentlich sehen können von hier Wollen wir einfach direkt mal hier warten, bis sie kommen Meinst du, die kommen hier zum Clou? Haben die andere? Oder haben die alle dieselben? Das erfrag ich mich auch immer, ich glaube wir haben alle dieselben Die Clous an sich sind jede Runde anders, aber ich glaube wir haben immer dieselben Ja, das war natürlich jetzt leiser als die Hunde, aber Wo ist der Clou? In der Bude? In der Hunde da hinten Oh, Zombie Ich bringe so viel ab Oh, warte, ich sah einer in... Was ist überhaupt hier drin? Ah, Frau! Fuck, nicht getroffen Okay Komm, meh Ich glaube jetzt ist es flüssiger mit dem, mit dem, äh Hast du was gemacht? Ja Schon Aber ich hab das auch immer nur im Dunkeln, dass er diese Schlieren hat Aber das liegt nicht an meinem Monitor, weil das sehe ich auf dem anderen Monitor genauso Äh, wo ist denn das Ding? Wie so ein Ghosty, äh Ghosting Das muss hier in dem Haus, glaube ich, irgendwo drin sein Hier oder hier unten drunter, guck mal Hier steht einer drin Fuck Ich hab nachgestochen Ich blute Got him Warte, der Mate kommt Warte, warte Bleibt hier Vorsicht, hier weg da Rechts kommt er Wo? Ne, hier, bei mir ist er links Er kommt jetzt hier gleich Oder könnt ihr hier rechts kommen? Kommt er rechts? Ja Hier links ist er Hard Headshot ist tot Hard Headshot ist tot Alter, ich hab ihn abgestochen mit einem Bayonett Echt jetzt? Ja, Mann Oh, neue Schüsse, Norden, plus minus Okay, ein Team schon mal weniger, haben wir es schon mal leichter jetzt Äh, ich guck mal nach einem, äh, Medikit irgendwo Weil ich, ich will nicht immer gern mein eigenes verbrauchen, wenn hier irgendwo eins liegt, weißt du Das will ich mir immer für Infights aufsparen Rücken das nächste Schau mal hier oben rauf So, 345 Ich weiß nicht Ist hier ne Tür? Ist hier Tür Also, die geht nicht auf Guck mal, wenn ne Tür nicht aufgeht Wirst du gegenhacken Das hab ich, das hab ich schon mal gesehen, ja Aber, wenn du von dem, äh, zu ist, dann ist Dann Dann kommst du nicht rein, oder? Musst du ja lang genug hacken So Hack mal mit Einfach nochmal schlagen Alter, der boxt der die Tür mit den Fäusten auf Ja, ja, mit dem Schlagring, alter Beste Waffe Finden wir hier ein Medikit irgendwo? Ich sehe hier nix Oder? Nee So, machst du wieder hell? Ja Ich will mal die Typen abfackeln, die da unten jetzt liegen Dann hau ich mir halt so n'n Medikit rein Hier ist ne Axt Machst du ne Axt? Nein, ich bin ins Feuer gelaufen Was? Oh Gott So runter So, dann Ich will die abfackeln Ja, vielleicht ist hinten noch irgendwo n'n Medikit Ich bin voll in das Boot gehüpft Ich bin voll in das Boot gehüpft Okay Bist in eh gerade hierhin Da oben hin Aber warte mal, die Bitch Nice Ich kill die am liebsten aus der Ferne, weil die schicken halt ihre blöden Bienen immer los Mhm Ist hier vielleicht n' Medikit? Also ich glaube Headshot ist One-Shot, oder? Ja Außer auf die Spieler Ja Oh, hier ist so n' Du drin Ich bin hier gerade noch im Wasser Ach nee, sind die verimpftet? Ja Hier ist n' Hammer, hier ist Munition bei mir drin Loll Und ne Jenny und ne Axt Oh, ich bin zufrieden mit dem Schlagring Da schottet jemand Bist du wieder? Ja Das ist ne Pumpe Bist du ne Karawane in der Nähe? Nee, komm, ich hau jetzt das Medikit Ich hab kein Medikit dabei Nein Hast du eins dabei? Ja, kann ich das droppen? Nee, du kannst mich aber heilen einfach So, dann komm mal her Alter, warum hab ich denn kein Medikit dabei? Und was muss ich jetzt machen? Äh, Rechts Also Medikit rausholen Äh, ja Dann Rechtsklick und dann Linksklick Ah Danke Ach, ist so, okay Komm her Ja, der Oh, der steht auf dem Dach Auf dem Dach Ist bei dir falsch So, wo ist denn der nächste Clou? Äh, 30 Ne, lass mal West Zu den Schüssen? Ja Boah, es wäre geil, wenn es auch so auf diesen Feldern So kranke Stiere gäbe, weißt du? So kranke, so Zombie-Bullen, weißt du? Die so voll so Oder fette Krokodile in den Sümpfen Moin, Jay Warte, den hole ich hier ab Und Benino, na? Warte mal Ach, hier vorne ist was Was denn? Achso, halt, äh So eine Pfütze Ja Fürst ist es hier Ich hab Hier ist noch Muni, oder? Ist das Muni? Ne, ist eine Lappenkiste Warte mal, hier liegt Shotgun Muni, wenn du brauchst Nice Ne, ich bin full Ja Damina gönn Was ist denn mit dem Dicken da, eigentlich? Ja, den lassen wir mal in Ruhe Der braucht zu viele Hits Warum sind da die Raben weggeflogen? Oh, ne Oh, fuck daneben Ich schieße mal auf die Bitch Ich deck hier Das stimmt nicht Jetzt Hier sind aber auch die Kisten offen Nee, ich glaub, das sind andere Ich hör Schritte links Nee, hier ist niemand Der hätte einen Ich hör nur dich Warte mal kurz Ja, lass doch da hinten grad den Den letzten Clou holen Ja, sind zwei Zombies Sofort, sofort Kurz SMS Klicken heutzutage in der SMS Ja, WhatsApp, sorry Ich hab mich schon Sorgen um dich gemacht Irgendjemand hustet Ja, das sind Zombies Oh, hier wär ein Medikid gewesen Zombies hustet? Okay Komme Schrei doch nicht so Entschuldigung Ja, aber das würde mich auch interessieren Hier Was ist ein Max-Level, weißt du was? 60 Wurde heute, glaub ich, erhöht Hilfe, Hilfe Achso, war das schon? Nee, warte, lass den mal unboxen hier Hier, Franziska, komm her Ich komm, wir uns erstes, wir uns erstes Okay Eins Zwei Drei Vier Ach, das reicht ja schon viel Nice Oh, wo ist denn der Typ Hier drüben 165 Warte, aus Schüsse 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 Lass mal hier Warte, die Raden Oh nein Achso Hoppala Alter, blocks mich Renter uns denn auch Schüsse Oh, close Hier vorne Im Weißfeld Denk ich Ja, lass mal hin Ist das Da vorne im Weißfeld Renter Link Da vorne Da, da ist sie Seh nicht Der hat Vögel Aufgeschreckt Heißt, sie sind weitergerannt Hier hinten laufen sie Hier leider keinen Ich treffe ihn nicht Die sind hinten an der Scheune Okay Manchmal laufen die so schnell Ich treffe ihn gar nicht, Alter Ich hasse die Waffe Die hüpfen da, wo es qualmt Da hüpfen die rum Hatten, hatten Tap Fuck, ich muss nachladen Muss nachladen Hier ist Ammo bei mir Brauche ich nicht Also ich habe mir auf jeden Fall einmal getappt Oh, ich habe hier Oh, shitty Sind immer noch da Alter, was? Ich nähere mich langsam Bist du da weiter? Der eine Typ muss eigentlich gleich Damage bekommen Alter, ich kann hier gar nicht durchschießen Ah, komm, scheiß drauf Warte, warte Alter, ich backe hier voll runter Okay, ich bin auf dem Weg Einen habe ich glaube ich erwischt Einer hat Hit Ich sehe den nächsten Fuck, fuck Wow, Ollis Ist das too bread? Schönen wir uns denn auch welche? Hinter uns kommen auch gleich Ja Hast du die getötet? Nee, oder? Weiß ich nicht Doch, einer liegt hier Einer liegt hier Einer ist Hier, hier Wo? Buschi mit der Schotti Hinterher Fuck Fuck jetzt Ist er tot? Ich habe ihn Man, die Bienenfrau killt mich Nein Ich habe die Bienenfrau gekillt Da sind aber Schüsse hinter uns Ja, ja Ist er entkommen? Nee, ich habe ihn Der buggt hier irgendwie rum Er steht, aber Er müsste tot sein, glaube ich Ja, ja, okay Der ist tot Vielleicht hat er das Gang gelieft Warte, ich mach mal medikiert kurz Ich brauche bald Muni wieder Aber wo kamen die Schüsse hinter uns her? Norden Da, wo wir hergekommen sind, glaube ich Ja, aber da steht ein Zombie Ich höre ein Tor Oder war das? Ah, nee, hier ist wieder so eine Windmühle Okay Wollen wir mal ins Haus kurz gehen Und Muni suchen? Ja, ich sehe da niemanden Also ein Team ist auf jeden Fall noch da Ja Ich hole mir mal die Leben von der Spinne gerade Damit wir die schon mal sehen Ja Okay, ich habe No ammo Alter, voll viel Zombies Ach doch, hier ist er noch Eine ganze Kiste? Ja Hier, ich mache die Tür auf Oh, warum lecken das so? Ah, viele Gebäude, Zombies etc. Hier Oh, mega nice, danke Hier müsste eigentlich eine Leiter sein, wo man hoch kann Hier müsste eigentlich eine Leiter sein, wo man hoch kann So, und der Leiter kann ich jetzt gerade nicht hoch, weil da steht ein anderer Bist du hier im Haus? Ich bin unten, den haben wir noch Warum bellen die Hunde? Warum bellen die Hunde? Wegen dir? Alter, die gehen mir auf den Sack Oh Gott Ja, das nervt, ich höre nichts Ja, nein, ich bin nur erschrocken Die sind Oh Gott Die klettern, die klettern in dem Turm hoch Ja, jetzt haben wir ihn bei mir drinne Oh Gott Die sind in dem großen Turm auf dem Maisfeld Ja Einer ist hinter das Stroh gelaufen Ich treffe den nicht Ich komme, ich komme Hinter Richtung Kurz Ich muss laden Ach ja, ich sehe, ich sehe Fahrgruppel, die Scheiße Im Maisfeld sitzt da ein Schwarzer Ziemlich vorne am Zaun Ja, läuft jetzt links, links Kommt jetzt links Oh fuck, ich blute Egal, egal, egal War nur ein Kratzer Er läuft Ich habe ihn Ich habe ihn geheadert Alter Nice, one tap Hast du eine Lampe für ihn? Dass du ihn fackeln kannst? Warte, ich habe einen Molly Ich habe einen Molly Warte, wo liegt er? Alles gut, alles gut Er hat nochmal geschrien, oder? Ja, kann sein Aber sein Maid müsste ja auch da sein Aber Ich glaube, das war's Also wenn jetzt jemand Die Spinne attackt Sehen wir Das am Leben, oder? Ja, genau Du siehst ja die Leben Die sind jetzt für uns auch immer aktuell Sollen wir die Spinne machen? Ich glaube, das war's Weißt du? Siehst du? Ja Auch hier unten ist nochmal Molly Ja, können wir mal Spinne gehen Gucken Dann komm, mach mal Spinne Hier ist eine Tür Alter, wo? Ah Da aufräumen Kannst du noch ein bisschen reinschlagen? Ich bin Keine Ahnung Ich raff hier diese Waffe nicht, ey Warte mal Sind hier le... Achso, das sind die Spinne wahrscheinlich, oder? Die wir hören Ich raff hier diese Waffe nicht Ja, geil Kannst du die Hühner da noch? Warte mal Ich mach die Hühner noch Ich find die Waffe hier richtig scheiße Okay, ist offen Ja Ich hab Angst, ich hör sie Ist sie an der Decke, oder ist sie am Boden? Ah, die ist da Diese Batch Ich bin vergiftet Ach, die, die, die macht Gift Ich hab leider keine Medipacks mehr Ne, pass Oh Gott, oh Gott Lass mich raus Warum zähl ich die denn nicht? Diese Waffe ist so gut Hilfe Aua, du hast mich abgeschossen Oh Gott, ist mir leid Ist mir so leid Ist hier ein Medipack? Ich hab keins mehr Ich fucking brauche eins Hier war ich Ich mag nicht mehr Hier ist ein Medipack Wo ist die Scheiße? Hier, bei mir irgendwo Wo denn? Weiß nicht Irgendwo an der Decke Rennt in der Hölle Wo ist sie denn? Keine Ahnung, rennt hier rum Oh Gott Ich will wieder raus Wo ist sie? Ah Oh, ich hab euch Alter, es ruckelt so Wow, die hat mich angekostet Sie ist tätowiert Sie ist tätowiert Oh Gott Geil, das Aids Macht das Das Feuer Klingelzeuger Damage Ja, hier sind Jenny Ich hab ne Axt Warte mal Weg, gespringt Du hast mich angezündet Ja, du hast mich genau In dem Moment Fast und ich gefickt Alter Ich brauche Ich brauche Muni Ich hab nur noch Einen Schuss Dann hab ich nur noch Die Hilfe Ich treff die nicht Hä? Alter Ey, ich hab nur noch Ein Ball ein Leben Ich muss Wir müssen gleich An die Karawane Ah ne, wir sind direkt Beim Ausgang Ja Ich geh mal draußen Nach Leben gucken Kill du mal die Spinne Nein Ja, sie brennt Ich hab sie, glaub ich Was? Ich hab sie nicht Die hat doch kein Leben mehr Jetzt banish sie mal Was muss ich da machen? Einfach anklicken Nein, ich brenne Nicht brennen Nicht brennen Ich brenne Oh mein Gott Oh Gott Die Balken Oh Gott Gott Hier muss doch irgendwo Leben sein Irgendwie Achso jetzt Ich hab gestartet Wenn du irgendwo noch Ein Heilungskid Findest Sag mir das Ja Braucht das Unbedingt Ich hab nur noch Die Abgesiegte Schrotflinte Wo Damage macht Auf Ein Meter Oder so Scheiße Gibt's hier in der Bude Kein Erste-Hilfe-Kästchen Warte mal Wo ist denn die Treppe In dem Haus Wo ist die Treppe In dem Haus Da Da gab's doch keine Treppe Du bist die Leiter hoch Oder? Außen Ja und wie kommen die Bewohner Von dem Haus Die Leiter hoch Also gehen die auch Die Leiter hoch Oder was? Ich denke Das ist Neu so Warte Ich find dir Kein Leben mehr Hast du Hast du gar nichts Mehr an Leben? Ein Balken Das ist die nächste Karawane Ist voll weit weg Alter Im Norden Sind fünf Stück Hier sind gar keine Eine hab ich mal gelootet gehabt Die ist ja auch da vorne Ja eine hab ich auch Aber Ich brauch Ich brauch jetzt noch Ein oder zwei Ach hier ist ein Medikit Komm her Ja das ist wahrscheinlich Hab ich das schon Achso Wo ist das denn Bleib mal da stehen Ich komme nicht rein Warte ich mach dir auf Hier So da kannst du selber öffnen Gut Hier guck Ja das hab ich schon Leider Schade Scheiße Kann man in dem Gebäude Nach oben gehen Achso die Leute Die hinter uns geschossen haben Die sind ja auch tot Eigentlich Das war nur einer Glaub ich Wahrscheinlich war das Der letzte Überlebende Von denen Den haben wir dann auch gerippt Weißt du Ich hab die ganze Zeit Über Kimme und Korn geschossen Ey hier ist ein Medikit In so einem Regal Gebackt Na es geht Jawohl Ok ich bin voll Ich hab die ganze Zeit Über Kimme und Korn geschossen Und nix getroffen Und dann hab ich einfach Ohne Kimme und Korn geschossen Und direkt einen Headshot Das war direkt dumm Heidenei Schau mal Hier die Tür wieder zu Heidenei Schau mal die Tür auch zu Ich glaub hier ist keiner mehr Auf dem Server Ja schön Können wir da noch ein paar Zombies killen Auf dem nach Hauseweg Ja doch ich glaub draußen Sind gar keine mehr Außer der eine fette noch Wollen wir denn hin Achso der ist ja eh Instant Ja ja direkt los Bei sowas muss man immer Aufpassen wegen Campern Ja Wenn ein Ausgang so nah ist Dann entschließen sich die Leute Meistens einfach da zu campen Ja Heute Mittag hatten wir zu Da mussten wir über eine Brücke Und dahinter war direkt die Kutsche Und rechts und links von der Brücke Standen sie Und haben auf uns gewartet Alter das war richtig asozial Mein Maid ist leider gestorben Ich hab's aber noch geschafft Abzugeben Yes So also wir gehen langsam vor Und gucken nach Campen Da ist das Boot schon Guck mal Ich glaub nicht dass hier irgendwo noch einer ist Ich werf mal ne Nado in den Busch Ja was hab ich denn Hab ich nicht auch Nades Ne ich hab ne Spritze Ich geb mir mal die Spritze Ich glaub da ist keiner Oh Gott Was Ja ich dachte halt gerade Ich hab grad gedacht Die stehen da Ja ich glaub wir haben alle gekillt am Server Yes Nice Zwei von zwei Sehr schön Laxi Das läuft doch Ah Zwei von zwei La 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 Das läuft doch sagt er Gut Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich bin Pemmorellos Stay Pemm Tschüss Ich bin Pemmorellos Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.